Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wake. Okay, weiter geht's hier. Immer noch im ersten Mission-Pack. Wir haben hier sechs Secrets und sind übrigens auch im Secret-Level, passenderweise. Die Herren. Oh, vielleicht sollte ich hier ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Du, man kann nicht auch. Glitzert mir nicht so schön. So, ist hier gut meins? Kommst du denn hier? So, dann holen wir dich schon mal weg. Da haben wir zwar, ich weiß nicht, zwei oder drei von den Dingern verloren. Aber okay, soweit. Hast du gedacht, du könntest mich überraschen? So, lieben, lieben, vielen Dank. Ähm. So, das war's mit euch. Und dann geht's aber erstmal ein Stückchen weiter. Ähm. Okay. Das dürfte sich dann hier öffnen. Da kommen wir doch nicht runter. Ähm. Nö, das war nix. Nö, das war's mit dir. Natürlich kommt da noch was um die Ecke. Oh, ich dachte gerade, du kommst hier nicht rein. Scheinst du auch nicht so wirklich Bock drauf zu haben. Hab ich den Eindruck? Okay. Ah, die haben sich Schusswaffen auf einmal. Warum? Hm. So, ähm, es wird tatsächlich sowas, die Munitionsknappheit auftreten, hab ich den Eindruck. Da gibt's auch noch jemand, da haben wir noch einige Buttons zum drücken. So, geht doch. Ich bin doch leider hier grad mit dem letzten Schuss. So, na gut, das brauchen wir auch grad nicht. So, irgendwo... Ah, ich dachte, hier irgendwo hätte sich jetzt was gelöst. Sieht nicht so aus. Da waren wir drin. Wo kommt die denn eigentlich hier? Ah, grad nix, um euch zu erledigen. Ah. Was hat das hier frei gemacht? Danke. Okay, auch nicht schlecht. Mit normalerweise halt keine Granate. Da brauchen wir einen goldenen Schlüssel für. Ja, gut, das bringt nix. Da sind Granaten, cool. Einmal, zweimal. Das trifft einfach nur den Lift wieder runter. Okay. Vielleicht kriegen wir die irgendwie besser. Die Fallen können diese auch nicht wirklich gebrauchen. So, das war's mit euch. Ah. Da seh ich doch schon was rumschwappeln. So nicht. Auf. Gibt's die Möglichkeit, das zu vermeiden? Nö. Dann stellt sich mir die Frage, wie soll ich da durchkommen? So. Na gut. Jetzt müssen wir mal durch. Ich brauche ich hier gerade überhaupt nicht. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. So. Soviel dazu. Letzt. Jetzt stellt sich halt die Frage, muss ich hier wieder zurück? Aber da kann ich diesmal drüber springen. Cool. Stimmt, du lebst ja auch noch. Okay, müssen mir zu viele fallen hier echt. Das ist absolut nicht meins. Ah. Ich hab aber noch, warte mal. So. Ähm. So. Ich muss da nicht nochmal zurück, weil da auch ein Secret ist. Ungünstig. Aha. So. Dann schauen wir mal. Ah. Hier kommen wir dann also raus. Okay. Andererseits. Ähm. Ist hier unten wohl noch was, wo wir dann so fliegen schießen können? Mhm. Was ist das denn jetzt? Möllen hier. Egal. Okay. Cool. Das macht's dann vielleicht doch wieder alles ein bisschen wett. So. Das war Gold, oder? Ja. 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 Dann. Nee, Quatsch. Oder. Ich hab mich verlaufen. Wahrscheinlich muss ich doch wieder eine Etage tiefer. Dann hier lang. Okay, ja. Ja. Leben, leben, leben. Gut, wir haben euch. Nicht besonders glorreich, aber wir haben euch. Alles klar. Hm. So. Dann gehen wir mal weiter. Ah. Natürlich ist hier wieder irgendwas. Bist du's? Du bist's. Okay. Hm? Ah, hier sind wir. Okay. Cool. Ja, auch tatsächlich muss ich jetzt wieder durch diese Fallen durchrennen. Hm. Da ich halt bei sowas viel zu ungeduldig bin zu warten. Äh, nicht. Halt einfach durch und nehm den Schaden lieber mit. Gut. Dann schätze ich mal geht's hier weiter. Ja, ja, ich weiß. Ich brauch Luft. So, ich hab ja mittlerweile gelernt, hier drin nicht den Dings benutzen. Ah, jetzt können wir auch hier nochmal aufmachen. Das ist schön. Also nix, was mit Elektrik zu tun hat. Ah, okay. Weil das sonst nämlich weh tut. Ähm, jetzt ist die Frage, von wo kam ich? Darüber geht's. Okay. Noch mehr Fischis. Noch mehr Gegners? Okay. Na gut, sagen wir mal so, das ist nicht unglaublich erfolgreich. Von daher lassen wir das lieber. Oh, das ist nicht unglaublich. Ich hab halt echt keinen Platz hier drin. So lebst du noch. Da ist echt alles andere als angenehm hier drin. So, dankeschön. Aber zum Glück sind wir mit genug Leben hier reingekommen. Und dass es aber auch gleich wieder weg ist, ne? Also der Schwierigersrad hat ja echt brutal angezogen zwischen den beiden Episoden. Meine Güte. So, dann haben wir das jetzt offen. Gibt's hier schnell einen Weg zurück? Ah ja, da hinten rum, ne? Wie sieht's denn aus? Es fehlen tatsächlich noch einen Haufen Gegner. Gut, die sind ja glaube ich halt auch keine mehr. Wir haben hier noch ein bisschen was von Leben am Anfang hier. Ne, Quatsch. Der letzte ist ja glaube ich beim letzten... Müsste irgendwo im Ausgang sein. Letzten Secret. Gut, andererseits ist es halt auch das Secret Level. Also das ist ja eh immer... Oder öfter mal etwas schwieriger. Okay, komm. Nicht so viel aushalten. So. Du hast gerade mehr als zwei überlebt. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Okay, du hast da draußen gerade Spaß. Und dann ändern wir das mal. So. Vorteil, wir haben... ...ne Menge Deckung hier. Der Nachteil... ...nicht so unglaublich viel Raketen. Mist. Du kommst immer noch irgendwie durch. So, jetzt aber nicht mehr. Wir haben uns ja alle Gegner erledigt. Cool. Ähm, so. So, das dürfte jetzt hier das Öffnen. Dankeschön. Dann machen wir hier nochmal kurz auf. Ja. Nicht wirklich nützlich. Weil er umlegen muss mit denen ja sowieso. Okay, dann bedanke ich mich aber fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin macht's gut. Und ciao, ciao. 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 Ciao.